Hi, du siehst heute sehr gestresst aus? Was ist los mit dir? So kenne ich dich gar nicht, du bist sonst so positiv und witzig. Ich bin total genervt, im Job ist es nur stressig, jeder will was und ständig klingelt eins der Telefone. Selbst nach Feierabend klingelt mein Hände noch weiter, und das jeden Tag. Kopf hoch, das wird schon. Was kannst du denn dagegen tun? Wo ist denn dein tolles Lächeln geblieben? Zauber es schnell wieder in dein Gesicht. Lachen ist so wichtig. Ich weiß nicht mehr was ich tun soll, der Stress wird immer größer und ich will morgens schon gar nicht mehr aufstehen. Am Wochenende bin ich nur noch müde und hab keine Freude. Das klingt nicht gut, du solltest dir Hilfe holen. Hast du mal mit anderen darüber gesprochen oder schon was zum Stressabbau gemacht? Von alleine löst sich meist nichts. Klar, ich habe schon etliche Bücher dazu gelesen, doch das bringt alles nichts, schlaue Sprüche und sonst nichts. Ich kann bald nicht mehr. Das ist doch kein Leben. Jetzt beruhige dich mal, ich habe hier neulich zwei Gäste gehabt, die haben sich über die Stresswaschmaschine unterhalten. Das ist wohl ein super gutes E-Book mit einfachen Übungen. Ach, das wird so wie die anderen sein, die ich schon habe. Der Titel ist aber cool, wie war das? Die Stresswaschmaschine? Stress einfach wegwaschen, ja das wäre es. Die haben tolle Erfahrungen damit gemacht. Da gibt es wohl die Übungen und auch Audiodateien, mit denen man dann seinen Stress abbaut. Probiere es doch mal. Hast nichts zu verlieren. Das klingt wirklich gut. Die Stresswaschmaschine, das schreibe ich mir gleich auf und google es. Ich probiere es einfach aus, wer weiß, vielleicht bringt es mir ja was, danke dir.